So Jungs, ihr könnt wetten, you can bett, who will win the final, Unders or Seth Dragon? Was ist denn das für ein Team? Oh mein Gott, was ist denn das für ein Team hier? But he's in the final, so we will see, who will win, Unders or Dragon? Ohhhhhhhhhh Okay Respekt mit Berkham, das ist krass, sein Team, ne? Und das ist... Ohhhh Das ist Dragon, das ist Dragon hier, mit seinem Mucht-Team, in Führung Aha Boah War gut gemacht Boah Das ist krass, das ist heavy Der spielt hier einfach Das ist krass, sein Team, ne? He played with the Langer, yes Boah Ohhhh Ohhhh Oh mein Gott Was ein Lack Boah Boah Boah, Digga, der ist aber auch drinnen hinten Aber das... Boah Boah Der Mann macht das... Oh oh Impressiv Die Mauer steht, ehrlich, Mann Ich kann den Personen Oh Tim El'anger 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 No Oh mein Gott was ein Schock Ohhhh Ich ... Was war das denn? beim Auf Boah, er blockt jeden Ball, aber das ist verdient. Er hätte 2-0 machen müssen und den Gegenzug kassiert er mit Schott und Elanga. Crazy. Jungsloche sieht es vorbei. Oh, an das dritte Spiel. Was passiert hier? Big, big joke von Dragon. So schnell. Dragon hat noch einen letzten Angriff, würde ich sagen. Muss er jetzt gut ausspielen. Wird zwar sehr, sehr schwer, aber das könnte es auch schon gewesen sein jetzt. Game over. Game over. Oder? Noch nicht, Game. GG's, Jungs. GG's. War auf jeden Fall ein unterhaltsames Finale. strokes geht's. Was war auf jeden Fall?